Ich bin 60-Fan, weil es für keinen anderen Verein so viel Spaß macht, uns irgendwie auch zu leiden und hinter diesem Verein zu stehen. Es ist einfach Münchens große Liebe und alles Gute zum 150. Geburtstag. 60, die Stadionspieler und die Fans sind eigentlich für mich die besten Leute, wo es gibt, weil es sind alle cool drauf und die Spieler sind eigentlich auch relativ gut. Und ich wünsche euch alles Gute zu eurem 150. Also alles Gute zum 150. Geburtstag und nächstes Jahr Pappmanns steigen wir auf in die erste Liga. Und heute winnen wir natürlich. Gut, 60 muss immer gewinnen und jetzt steigen wir bald auf, wenn es jetzt ist Zeit. Dann werden wir auch mal Deutscher Meister wieder. Ja, also 60 ist für mich der geilste Verein, weil die Fans halten, egal was kommt, immer zum Verein in guten und in den schlechten Zeiten. Ich bin 60er-Fan, weil mein Papa mich so groß gezogen hat und von klein auf wurde ich blau erzogen. Auf die Löwe! So gehört es, ich bin München bis blau. Ich wünsche euch jetzt größte Liebe. Ich hätte mir gewünscht, dass sie aufsteigen, aber es wird wahrscheinlich nichts mit dem 150. Geburtstag in die Unterlegung. Und wenn sie da Bayernlöger spielen, gehe ich auch noch zu 60. Und alles Gute zum Geburtstag. Ich habe es, 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 ich